60 Amor nur, oh mein Gott, kack Noob! Echt mal, wie ford. Aber, aber, aber das beste ist, ich hab ein AP. Das ist das allerwichtigste, der Stopp ist das wichtigste. Okay, kaufen noch, nicht vergessen. Was soll ich denn sagen, ich hab ne Crit-Chance von 3%. Dafuk? Das ist OP. Ja, Crit-Chance von 1% ist OP, das ist ein Lee. Ohhhh! Kack Noob! Ist nicht schlimm, wir laufen einfach hierher. Guck mich nicht, ich hab nur 19. Hm, ich frag mich grad, ob es mehr los mit dem E anzufangen war, mit dem Q. Das ist trash. Weißt du, ich zeig dir jetzt schon mal, dass ich nix kann. Einfach weg auf eure Lanes. Äh, lass doch. Machst du Rot oder Blut zuerst? Blue. Wenigstens wissen die schon mal, dass ich nix kann. Äh, sind wir jetzt Botlane oder Toplane? Wumpi. Achso, wir gehen top. Ja, hab ich jetzt auch total vergessen. Ist doch alles safe. Jaja, ich bin ja auf die Botlane gegangen und tappt und du bist das gesehen, dass... Schau mal noch. Jaja, klar, klar, klar. Brand, hilf ihm mal. Ja, ja, ja. Brand! Brand, Mensch! Brand! Brand! Oh, Brand! Fängst du mit Q an? Fängst du mit E? Das hab ich grad noch mal laut gesagt, aber egal. Man fängt immer mit E an. Man fängt immer mit E an. Das sollte reichen. Ohne Smile, ja. Das sollte reichen. Du bist so langsam, dicker Nautil. Warum hast du denn 76 Armor? Was ist denn mit dir falsch? Ich hab doch neue Runen! Och, Mann, ey. Botlane fehlt. Ja, Toplane ist da. Toplane ist jetzt da. Erstmal Ignite usen, damit ich mehr AP kriege. Ganz einfach. Ja, wenn es das nächste Mal hoax ist, dann ist sie tot. Am besten erfüllen wir zwei warten. Dann hab ich halt mein E. Ready. Woll ich mein Flash nicht benutzen. Botlane warded. Einfach aus der EXP-Zone raushalten, alles ist safe. Wohlspot gewardet. Triebusch und Reaver. Also Triebusch auf jeden Fall. Die ist Level 1 noch? Ja, dann bleibt die auch erstmal lange Zeit noch. Sobald die Level 2 sind, ist das hier episch. Tja, dann hat sie wieder ein Stück vom Heerpot verloren. Die hat EP bekommen. Deine Aufgabe ist gescheitert. Bummi, hast du meinen Anschlupsen dann nicht gehört? LOL! Vorsicht, Konzentration. Hier ist Akali. Dann war noch da. Bummi? Ja! Hast du meinen Anschlupsen vorhin gelesen? Ja, irgendwann. Erstmal hier ein bisschen üben. Okay. Einfach Tower, Alter. Ja, ja. Sowieso. Abonnieren! Komm. Komm, komm! Fuck you! Oh mein Gott Lucky... Lee Vorsicht Ach komm schon Das kann doch nie sein Habst du einen Clown unten auf der Bot? Ja Komm jetzt gleich über, wie heißt das, über Lane Cheybosch, ok über Lane Ja, Cheybosch ist ja gebootet, oder? Weiß ich nicht Ja, immer noch Komm, geh näher an die ran Bestimmt nicht Done So, länger die Minions aufhalten gegen dich Ich hab nämlich nur einen Pot Was ein Idiot Good Job Loll Er hat zwei gegen eins und den Kill Ha 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 Ich war zwar mit Hilfe vom Jungler, aber trotzdem Kali fehlt Die Simba Topline hat leider einen Double-Waff gehabt, ich wollte ihn echt gerne haben Nichts sind es bei mir Die, äh, Six kommt Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Er ist schon weg Komm da, komm da Erstmal igniten von mir, ne? Ich brachte councils Ja pardom 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 He it for a new Na Ffit Na, fuck Dafür hat sie schon einen Kill. Das ist First Blood vor allem. Vielleicht ist sie Deceit. Kann ich euch sagen. Immer noch. Immer noch SS. Musik aus, bitte. Danke. Hi Süße. Ne, ich komm gleich. Ich lauf auch wohl alleine mit dem Hund. Wir sind grad noch im Training. Grad noch? Ja, war ich schon erst. Bis gleich. Akali fällt immer noch. What the fuck hat die vor? Die kriegt so wenig XP. Tja, ich glaube die ist echt Deceit. Also so keine XP. Ich wette mit der 100% Deceit. Oder die hat einfach geraged, weil sie auf der Top-Line 2 hat. Da ist sie wieder. Die ist geraged, wenn sie first kommt. War doch voll ein Treffer eigentlich, oder? Eigentlich schon, oder? Ich hab's gesehen und du war ein voller Treffer. Das ist es ja. Ach, verdammte Kacke. Mir fällt grad jetzt, grad eben das hoch, dass ich... ...Darrier hab. Na, schaffst du das irgendwie? Schaffst du das? Ach, naja. Nein. Es ist grad erst so hoch, dass ich Darrier hab. Ups. Nach Dex. Aber als Grand Unite braucht man eigentlich sowieso nicht. Ah, die Passive ist stark genug. Ja. Ja, und dann noch Lerner ist Torment. Dann sei einfach. Ich hör' back und dann mach' ich für dich in Blue. Na, die kriegt doch nicht wirklich viel Farm dazu. 25. Ach, der Mann. Hätte ich dir den Freaky mal nicht gegeben. Geht mir grad ein bisschen auf die Eier. Wie's bei dir? Dix hat Blue. Wie's hier? Sorry. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Mein Fehler. Ich hätt' näher rankommen sollen. Passt schon. Gar nix machen, ne? Kriegt halt keine E.P. Äh, Lee geht... Ich glaub, Lee geht Red jetzt. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Ja, gut. Ja, gut. Die hat halt nur... Die hat halt nur... ...dich gar das Eier und keinen der Mann. Heilpott mehr. Na, Moment. Getroffen. Natürlich. Dix, hast du das? Ich hab' das Gefühl, ich werde gleich schon... Lee getötet. Na gut, nehmen wir die Tower. Ich mach Red und dann komm' ich Bord. Jo. Ich komm' Bord. Wir tauschen am besten jetzt gleich. Versucht, Bord irgendwas zu machen und dann tauschen wir. Ja, so ich auch so. Dann komm' ich direkt Bord. Und zurück. Ich hab'n Schienen. Dix ist oben. Echt? Vorsicht. Wo? Ja, Dix war hier. Oh. Da er... Ich bin ziemlich sicher. Okay. Na dann recall... Er macht zu zweit nichts. Der macht allein nichts. Lee Sin ist hinten zur Lane. Das heißt, er macht auch nichts mehr. Ja, die Dix ganken grad unten zu dritt. Was wollen wir mehr? Oh mein Gott. Ich hab' 3 Ulti, ey. Fuck. Sorry. Das war kacke. Warte. Ich hab' Ulti. Also ich kann Flaschen Ulti. Dix kommt drunter zu euch. Dix kommt, Dix kommt, Dix kommt, Dix kommt. Dix kommt, passt auf. Das sind drei. Da könnte Lee auch gleich irgendwo sein. Ach, Lee. Ja. Äh, die machen Dra- Drake? Die machen kein Drake. Der hat sich nur rübergehuckt, damit er wegkommt. Kannst du trotzdem mal rüber warden? Soll ich rüber warden? Ich hab... Ja, ward rüber. Ja, wir haben halt hundertprozentige Sicherheit, ist okay. Ist super. Ähm, Akali hat nur 39 Farmer, also du kannst sie ja outfarmen, wenn's geht. Weiterhin. Er selber hat nur 30. Aber er hat nen Kill. Aber Akali hat auch den Kill. Das ist ein Showguard gegen zwei Ranger, was soll man machen? Ja, ist vollkommen in Ordnung. Er hat seine Lane ja nicht verloren. Guck dir mal den Tower an, der hat noch Half-Life. Ne, ist alles cool. Trash hat die Kills gekriegt, also... Okay. Dann ist er noch besser. Ähm, Botland fehlt. Was? 2-0-Trash, what the fuck. Naja, ist... Es ist zu lange, echt nicht. Ja, ja, ich sag ja nix, aber 2-0-Trash. Ey, noll. Ich glaub, Mitter hat keine Wards, also wir könnten Mitter versuchen, wenn du willst. Ich hab keinen Mana. Dann hol dir Mana. Ja, Backbauten. Äh, nee. B in der Mitte. Kannst du grabben? Vorsicht, Lee geht runter wahrscheinlich. Das Arrow. Ja, Lee kommt, Lee kommt, Lee kommt. Nee, der geht. Die machen Drake. Die wollen Drake machen. Und hinter, hinter, hinter. Pink Waters. Nee, die machen... Die machen den, oder? Das glaub ich nicht. Die, die baiten. Ich hab Ulti ab. Okay, go, go. Ich glaube, die baiten da. Die baiten da. Nee, die haben nur ein Wort gecleared. Ich dachte schon, die wären intelligent gewesen. Könnten wir jetzt versuchen, Mette zu holen. Jo, ja. Wenn er nicht weg ist, dann nicht. Lee Sin. Lee Sin, Vorsicht. Ich bin da. Lass mal... Staff Six. LOAN! Sorry. Fuck. Na. Verdammt. Evil Knight, Alter. Er hat uns aber alle flasht. Neuforddeutsch den Wichser. Sauber. Drake. Obwohl da unten... Nein, 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 nein. Hier auf. Auf die Helf. Geh auf die Trash. Ah kackt. Okay, auf die. Auf die. Sorry. Danke, dass du geflasht. Was? Lass dir... Vorsicht. Kriegst ihn? Kriegst ihn? Ash kommt auch noch. Ash kommt auch noch. Ash kommt auch noch. Er überlebt. Ohhhh... Ohne die Laterne hätte er nicht überlebt. Ohne die Laterne nicht. Wir können jetzt breaken. Die haben den noch pingt, oder nicht? Ja, haben sie. Ja, komm, wir machen den, wir machen den, wir machen den. Jetzt ist zu spät. Ja, egal. Also Six hat kein... Komm schnell mit. Ash. Ja, Ash. Okay, Ash. Topline SS. Na? Kannst du tanken? Ja, bin dabei. Ich muss mich ein bisschen näher dran lassen. Sehr nice. Schöner. Ist die Air Recall ganz... Naja, obwohl... 200... Ash Arrow kam. Ash Arrow raus. Ash Arrow ist raus. 200... Scheiße. Fuck. 200 Gold würde ich gerne noch fahren. 200 Gold würde ich gerne noch fahren. Ja, mach das. Aber wir haben den Rake für einen Kill ist okay. Vorsicht, das ist immer noch die Ward on. Kann nicht viel machen, ne? Die... Ist doch okay, ist doch okay Laterne. Jetzt raus. Jaaaa... Schwimmer. Alles gut. Lass B gehen. Warte, ich bait sie. Ich hab kein Mana mehr, ich hab kein Mana mehr. Wir könnten locker fighten als ich Mana. Und der Trash grabbt rüber. Deren Blue ist ab. Six geht zu Deren Blue. Oder geht Ward? Na, er würde ich grabben. Er hat keine Worts. Top NSS. Der geht Blue. Okay. Six SS. Drei Worts sollten erstmal reichen. Six hat Blue. Ward Tower ist weg. Hm hm. Ich helfe den noch. Okay. Ja, schaffst du. Naja. Da ist nichts mehr mit Ward Tower. Bleib da, bleib da, bleib da. Wir können ihn fighten, wenn die weiter vorpushen. Ey, Lizzyma, jedes Mal Double Buff. Scheiße. Den hat er grad von mir bekommen. Ich würde ihn jedes Mal töten. Karl, die SS. Ich kill per D-Blue. Warte. Mitte. Vorsicht. Wir wollen nicht diven. Hier. Vier Leute. Was können wir fighten? Vier gegen vier können wir das fighten oder nicht? Wenn du die Ash rausnehmen kannst. Obwohl. Weiß nicht so ganz. Das gewartet. Ist doch egal. Kommt mitte. Bait sie n bisschen. Leut. Wow. Was hat denn? Kommt der Lee ey. Sauber. Ah, der Lee geht Damage. Voll. Oh Gott. Oh sie ist Jones. Jones. Rones. Also Lee. Ich glaub Lee geht Damage. Also voll Damage. Weil der hat jetzt hier das Word aus Elder Lizards. Vorsicht. 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 Wovor soll ich denn vorsichtig sein? Von nem Kack-Noop der keinen Schaden mehr macht? Na, lass mal die Power pushen. Ja. Top machen das alles. Komm lass nur. Mach die in Mitte. Ich gehe Blue. Ich helfe dir. Da ist Akali. Weg da. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe überlebt. Kann ich mir machen. Ich halte sie auf der Alte. Oh mein. Oh nein Mann. Da war die Ulti zu Ende und da stand ich noch. Alter. Wirklich am äußersten Rand. Das ist richtig hart. Ich habe die Zix Ulti nicht gesehen. Mit der habe ich auch überhaupt gar nicht gerechnet. Ey, wir hätten die so locker töten können. Weil die so lowlife sind. Verdammt ey. Das hätten wir. Das hätten wir. 10 Sekunden bis Ulti kanns weggehen. Ich kann halten alleine. Akali 3.0. Vorsicht auf die Top-Line. Das ist abartig. Selbst wenn man sie oben auf der Top-Line rausnimmt, kann sie irgendwann noch wiederkommen. Deswegen ja. Lass mal Red Buff für dich machen. Ja. Vor allem das dumme ist, die kann einfach um mich raufjumpen. Vor allem die hat nachher entschieden. Ich bin Half-Life, wenn mich nicht immer angreift. Das ist einfach nur abartig, was sie tut. Ich bin Half-Life. Ich bin Half-Life. Ich bin Half-Life. Bodlin ist so ein bisschen farmed. Six hat kaum noch Mana. Wir könnten den holen. Ich gehe von hinten an Ash ran. Ich komme nach den Refs. Ja, ich komme mit. Da ist ein Trash. Oh. Auf die Ash! Auf Trash! Ja, natürlich ist sie weg. Wo ist das Six? Sie ist weg. Ja, der sitzt. Die hat Ghost angemacht. Ghost hat sie noch angemacht. Six ist jetzt weg. Oh, Fotze. Ah, der ist jetzt. SS Da ist er wieder Können wir bot versuchen zu pushen? Können wir machen Wenn du ihn stun Ja Hier ist Ash wieder Ich ward aimt Boah Josh ist auch hier Hier ist noch jemand glaube Oder? Er hat nur eine Laterne gesetzt Das ist Oh Der geht voll Damage, der Wichser Ja, die haben pink warded at Drake, Charmina Drake spawns in 40 Sekunden Also legal voll Damage Drei Q'sen sind Half-Life aber bringt irgendwie nicht viel Ach karl, die kommen nicht so Die kommen runter, pass auf Die haben unten keinen Tower mehr Wir dürfen nicht zu aggressiv spielen Und wir haben da kein Wort mehr Wir müssen weiter zurück Ja lass mich gehen, der Lee Sim Der Lee Sim Der zickst 100%ig du kannst schnell Der 2 Sekunden bis Ulti Der 2 Sekunden bisbad abgeworden Drake ist ab Drogat pusht oben weiter Der 2 Sekunden bis Ulti Akkali mitsa Akkali geht wieder hoch Wortland fehlt Die Gs geht zum Drake Was für eine Drecksratte, Alter, was für eine Drecksratte Ja, wie gesagt, also... Der in Blue ist ab Also Lee geht voll Damage Ja, merk ich 200 durch deine Kuh, Alter, holy shit Da ist noch ein Lee Nein! Ich hab ihn extra reinziehen wollen LOL Nein! Dieser Hurensohn Da ist er! Nein! Fuck! Akkadius ist Der Pink ist ausgelaufen bei denen Denkt er Vorsicht Mann, Alter Rumpi Der wird rot Soll ich machen? Sürcher Gute Harkali, schon wieder hinter dir Harkali schon wieder hinter dir Harkali, schon wieder hinter dir Harkali Chip subroom Was geht mit ihm falsch? I don't know Ja nee, ist klar Nix SS Ich komm bot Ash, Dings raus Oh shit Lauf, lauf, lauf raus, ich komm mit Dings, ich komm mit Dings, ich komm mit Dings Ich hab Ulti Tix ist hier Dann JETZT Habt ihr Ash nach außen nehmen können? Nice, Trash ist tot Der Tix ist dann noch, Vorsicht, Vorsicht Ich komm auch bot, wir laufen weg Ah, der, äh, Zwei, Zwei Wurst ist, äh, gepinkt worden Der will unseren Red machen Ja Der hat den schon, glaub ich, oder? Na, so schnell auch wieder nicht, der hat, ne doch, hat der schon Really? Ja Oh mein Gott, Alter, ich hasse Akali, ich hasse sie so sehr Ja Komm, lass mit mir drauf Wumpi, lass mal den Botlane jetzt holen Egal, Flasht draußen Vorsicht Akali, ist top nicht mehr Läuf, es hat nicht gesund Ah, Ash, Ulti Pass auf, die Zinkopper runter Bluba, unser Broo ist ab Lass, 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 lass uns nicht angreifen Ähm, Bumpi, yeah Ja, ich brauch ein bisschen Farm für meinen Armguard Dadurch werd ich ein bisschen tankiger Ich brauch 600 Blutdosser Ja, ja, ich sag, mach doch schon gar nix Was? Was? Wir wollten doch Tower pushen, hatten wir gesagt Ash kommt runter, die hat aber keinen Arrow Wir sollten nicht auf den her Alles, was? Weiß, der Zinkopper Ja, ich sag mal, dein Tick wäre dran Sech Aber du hast ja noch Egal Ja, ich sag mal Boah, der Zignite wieder, sorry, ne lol, boah, alter, was ist der für ein Schadenbrück? Ja, wie gesagt, er geht full damage, er macht nur mit Schaden. What the fuck, was ist der für ein Schadenbrück? Ja, mit Tower Down. Wo ist Akali? Oben, Oben, Akali war gerade noch Top-Lane. Dann Poshy's Bot. Ach Gott. Kommt, bewegt euch ihr scheiß Minions. Ja, hier ist Trash schon wieder gekommen. Das Gefühl kenne ich, bewegt euch ihr scheiß Minions. Hey, sind die krass langsam. SS. Ich glaube, sie macht den Red. Geh zurück! Den Red hat es wie Gott schon. Mr. Ezreal. Jaja. Ah, das können wir gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall den Teamfight provozieren und Akali draußen lassen. Noch 600, noch hab ich's realized. Akali hat gleich einen Zonjas, das ist viel schlimmer. Watt fehlt. 5-0 steht Akali, holy shit. Er hat den meisten Farmen im Spiel. Na, fast. Na, fast. Watt fehlt. Auuuuh. Hast du Ulti? Ich hab Ulti. Na. Na. Nice. Akali ist tot. Vorsicht vor dem Lee Sin. Ich bin aber da. Wenn ich sterbe, nehme ich dich mit, Alter. Lass die Mitte pushen. Okay, die Tower ist weg. Alter, gerade schon, dann mach den Tower. Wir können trotzdem weiter pushen. Ich hasse Lee Sin. Du rewardest hier nicht, du Fotzenknecht, ey. Ich geh an dem Topfarm. Ash ist noch Topfarm. Mach den Mid Tower, soweit wie's ihm geht, down. Oh shit, hier ist ein Trash! Vorsicht, Ash-Aero kommt, Ash-Aero kommt. Okay, nice, good job. Ash-Aero raus. Vorsicht, Vorsicht, ich bin ganz kurz mal was anderes checken. Deren Blue ist da. Ash kommt mit, oder? Deren Blue ist da, ich schaue mir ganz kurz. Jo. Komm bitte, ich komm bitte. Rein, 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 rein. Vorsicht bis Ulti. Ich bin Badflame fahren, ne, also Vorsicht. Kannst du, bevor du den machst, weil da kein Tower ist, auf mich warten? Drängen es ab, drängen es ab. Ich brauche dringend Level. Okay, dann sollten wir zum Dragon gehen. Okay. Kann dann warden, Ash ist top. Ich hab keinen Pink dabei. Thresh warden. Thresh hat Pink. Akali unten. Oh fuck, ich bin nicht schräg genug. Ward. Ich auch nicht. What? Ja. Die hat ein Lich-Spain, Alter. Ich hab so viel Damage. Ich hab schon ein Giant-Belt, weißt du? Und ich kann nichts gegen sie tun. Dad Minions. Die tötet dich. Hinter uns. Ist die Six. Ja. Geht lieber auf den. Ja, obwohl Akali zu chasen wär interessanter. Die ist nämlich noch da irgendwo. Fumpi auf Akali. Au, ob das was wird. Go, go, go. Nice. Tötet sie, tötet sie. Sehr schön. Good job. Und jetzt rennt. Vorsicht auf die Six-Ulti. Ein Nubus. Vorsicht. Und jetzt? Jetzt hab ich dir genug Watts hingestellt. Wir können nicht fighten. Ich bin wieder unterwegs. Außer Brand. Nee, Brand hat Ulti. Wir können fighten. Ich bin unterwegs. Wir können fighten. Ich weiß nicht, ob ich dann noch... Vorsicht, Vorsicht. Oh fuck. Ab dein 23 Minuten hol dir auch mit Gold. Hast du Ulti jetzt, Brand? Ja. Dann go. Der Lee Sin. Okay. Nice. Ah, scheiße. Das wär... Hier auf die Lee Sin. Okay. Ich hab alles abbekommen. Nice. Good job. Tötet, tötet, tötet. Boah. Das ist geil. Direkt Rücken anfang. Ezreal chased. Verdammt. Ich hab geflasht. Okay. Good job. Unten pushen. Unten pushen. No to lose. Willst du senken? Ja, sorry. Sorry. Ich hab nicht... Ich hab nicht dran gedacht. Das... Das... Das geilste war... Ich geh mit dir eben schnell. Akali kommt. Vorsicht. Brand, du sollst weggehen. Akali kommt. Wir könnten aber Akali fighten. Anubis, ich brauch dich. Ja. Du musst sie silencen. Und haben wir ein Pinky irgendwo für die, wenn die im Fight ist, ne? War? Noch nicht. Beschissen, ey. Ich hab noch... Ich war noch nicht wieder weg. Ich hab tausend Grund. Ich hol... Ich hol... Ich geh kurz Red holen. Ich geh kurz Red holen. Brand, Blue. Ich hol top. Ja, fang schon mal an. Pass auf wegen Akali. Nicht das hier. Nein, ich geh oben. Top beim Farm holen. Also ich hab jetzt... Ich mach jetzt Blut. Dann... Ich hab jetzt Orakel. Und dann ähm... Mindestens zwei am besten mitlaufen. Irgendwann. Und wir uns klieren. Ich kenn noch nicht. Ich muss... Bisschen Gold brauch ich noch. Careful. Akali? Weiß einer wo die ist? Bleib! Die war irgendwo vor... Ja, Mitte gerade. Vor 30 Sekunden hier. Weiß ich. Den Wort hab ich auch gesehen. Wie gesagt, am besten jetzt... Am besten äh... Wumpi und... Einfach Mitte pushen. Nicht alleine. Ich brauch... Ich brauch auf jeden Fall einen guten Tank. Der mir Akali gekillt. Ja, guck mal was hinter dir kommt. Ja. Das stimmt. Scheiße. Das wär so geil gewesen. Aber Lee Sin muss ja unbedingt immer... Ehen können. Vorsicht. Mach den Wort direkt. Können wir die... Können wir die Ash auf der Botlane holen? Können wir äh... Weiß nicht so ganz. Ich hab erstmal jetzt alles hier gewordet. Ja, Wumpi kommt. Ich bin bei dir. Ja, ich... Ich steh auch vor dir. Mehr kann ich nicht machen. Akali Toplane? Wollen wir die holen? Naja, die ist wieder weg. Die ist weg. Da ist ein Wort. Go, 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 go! Ja, genau! Ziggs und die ist raus. Genau! Auf Ziggs, auf Ziggs! Passt schon, Javan. Einfach nur tanken. Der ist so low, wir müssen einfach weiter pushen. Job. Perfekt! Einfach pushen jetzt. Ah, ich hab so viel Leben verloren. Ist nicht schlimm. Und wieder schlimm ist. Kann einer tanken von euch? Ihr seid doch tanky genug oder nicht? Okay. Hey. Okay. Pause. Brent, wir brauchen dich hier. Ach, genau. Holy sin. Akali ist hier. Hier, guck mal. Guck dir Akali an, Alter. Sehr schön. Sehr gut. Ich bin weg, ich bin weg. Lasst weggehen, lasst weg. Na und? Ihr könnt Tower pushen eventuell, aber ich muss weg. Den Tower noch und dann weg. Und weg. Ich, ich, ich geh botland, äh, topland. Sehr schön, die weg. Ich wäre fett gemacht. Ich musste da engagen, weil die Ash da, pfff. Wenn ich die erwische, geh ich da drauf. Okay, toplands. Keine Farben mehr. Und Akali kann, kann beschwingen, wie sie will. Ich hab O-8. O-8. Ich kaufe mir einfach mal einen Negatron. Gegen die Olle. Oder. Hm, ja. Skimmita. Na, die pfeiern, glaube. Lasche. Die, die, ja. Die klären nur. Mehr nicht. Ja, deswegen. Das sind aber auch immer noch zwei Worts. Dann werden wir mal noch genug wissen. Also mit der Vision sollten wir erstmal klarkommen, oder? Brand hat noch Oracle und ich hab drei neue Worts jetzt. Ja, komm mal mit. Dann machen wir. Wir sollten jetzt versuchen gleich, äh, Mitte rauszupushen und dann Toplane gehen, weil wir, äh, weil der Baron ja noch ab ist. Weil wir da die Control nicht drüber verlieren dürfen. Top-Wattlane pusht, ja. Pusht jetzt. In drei Minuten kommt der. Ey, Lise, alle Mitte, alle Mitte. Vorsicht. Ey, ich ziehe mich schon wieder so weit vorne. Ja, Lise, dann geht full Damage. Ja. Da kommt Drake wieder? Was ist einer? In drei Minuten. Wir scheißen auf Drake. Wenn die zum Drake gehen, machen wir Baron. Zwei Minuten, ja. Also drei in drei, ja. Also jetzt, zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Mitte weiter pushen. Zwei Minuten. guckt euch mal die Minions Top an jetzt noch ein Wort, jetzt ein Wort, jetzt ein Wort hier 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 naja gut der pink ist im Wertfall, aber der läuft auch gleich ab hier ne ja abgelaufen keine von uns, Barron is warded direkt Barron noch mal gehen ich glaub die kommen jetzt hinterher knappe Minute noch was auch verkalt, schwingt sie weg mal rüber so ist sie doch, dann ist sie tot mann 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 ey wenn sie das macht, dann ist sie tot nein die Sache ist schon wieder gewordet ist ok, ist alles ok, scheiß auf diesen Ward wenns geht guckt euch die Toplane an, wir sollten den Fight in der Mitte suchen Alter wir hätten die grad so geil nehmen können die waren geslowed die sind schlitte Solo Akali und, ok, weiter Mitte jetzt Akali Toplane sehr schön, go go ganz einfach, da ist alles raus ich hab nichts mehr Exhaust, Ignite, alles ich tank einfach, einfach drauf oh fuck egal, go so nicht, nicht einfach Leute, abgetroffen ok und B und B, B, B und Toplane nehmen Toplane, ja und der Red auch noch genau deswegen sollten wir das machen einen rausnehmen und die sind am Arsch ich geh Red holen auch schön gemacht Leute ja ist nicht schlimm, kann man jetzt halt nix machen ja müssen wir als nächstes kaufen, ne ich kauf eins als nächstes ist nicht schlimm, wenn ich sterbe und er dafür stirbt haben, was wärs wert auf Akali ok der fixt Tower lol die Akali lol die Akali lol die Akali ja lol what the fuck alter dieser Damage man der Hammer ey wir hatten wir haben das so krass getthrowed grade ach bab 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 was will ich denn machen was will Akali mit dem Quadra machen kann ne ganze Menge machen mit dem Scheiß die machen Baron wenn die Baron wirklich zu Ende machen ist der in Bot Tower so gut wie down da gehen wir einfach zu Bot Tower und gut ist ja Bot Tower ist down ne down ist er nicht, das schaffen die Minions nicht doch ne ne aber wir haben den Push auf unserer Seite weil wir einen Inhibitor haben ja trotzdem wir hätten auf keinen Fall auf die Toplane gehen sollen ja doch ist doch schon aber ja wir hätten nicht fighten sollen am Tower aber das war das Ding der Weg ist ab er wäre es ab zu die geht zum Blut lass uns die am Blue catchen ja wann wir noch den Weg Wurde ich alle hochgehauen nein der Blues ist eh weg egal sie macht ihn so schnell ja Jack da Drake und unser Red unser Red unser Red ist noch da na geh ich kurz ohne Gang komm mal schnell zu Drake gehen ja lass uns den Weg haben wir jetzt ein bisschen Gold noch bekommen wir können dann auch auf den Bot Tower gehen du willst du Red dann machen wir machen Drake wir gehen Bot Tower versuchen wir haben den Push auf unserer Seite die haben zwar Baron aber wir pushen ja wir dürfen die fighten in den nächsten paar Minuten während sie natürlich dürfen wir fighten nein wir dürfen nur nicht Akkali durchlassen ja das ist das Problem die klappt auf mich rauf die hat Sonjas 6-Ulti raus 6-Ulti raus Frontform nicht mal da ist der nicht geil geplaced Vorsicht nicht allein rumlaufen wir müssen uns äh lasst uns mit dem Blue Gänse wir können jetzt weiter pushen ja ich esse hier war grad ein Trash hier war grad ein Trash ist doch ok push unten wenn die Base raisen dann machen wir einfach Tower die sind doch behindert im Kopf weg 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 mit meiner Armour weg 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 die wollen ja war klar hier bleiben wir können 6-Ulti raus bist du jetzt alleine naja der bei boah da ist ein Wort dran ne da ist ein Wort und die stehen links davon ok liest du bis da na komm drück du Fotze Ticks drückt genug Damage zurück einfach weiter zurück guck mal Top an wir müssen einfach nur safe stehen alle Minions pushen ok vorsicht weiter recallen nicht ganz zurück immer nur zurück gehen die Wave farmen und warten noch haben die nicht mehr viel Barren Buff aber einfach warten nichts machen warten alles ist gut ey wir hätten so ist nicht schlimm wenn die unsere Tanks hocken ist alles ok wo ist ein Akali? die sehe ich grad nicht Top Tower ist gleich down einfach weiter hier der Ash Arrow will kommen der Ash Arrow will kommen fuck fuck fighten auf der Akali ich weiß nicht wo sie ist doch nicht ja das Oracle ist down das war ich ich war instant tot scheiße dieser Akali dieser Akali man das ist unfassbar wie viel Damage sie drückt ja weil sie in ihrem Ding Sonjas machen kann und wir sie nicht mehr sehen aber wir verlieren die Teamfights dafür pushen wir alles kaputt ob das so ein geiler Ausgleich ist finde ich nicht ne wir brauchen nur den nächsten Nashor und er ist gewonnen ich hab kein Geld für den Oracle kann sich irgendeiner an Oracle leisten ja kann ich machen kann ich machen ja wenn du das Oracle hast müssen die dich nämlich instant down fokussen was sie sowieso versuchen ok wer kommt jetzt in Oracle du ok ad curry ad curry tch Lich Ben ist so ein abartiges Item man Lich hat jetzt auch äh 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 ich hab eh kein Gold für Warmox ich mir würden 300 fehlen da kann ich ruhig die 400 Gold für das Oracle ausgeben ja man spontan ist der Nash wir sollten die markieren 41 noch was ja 2 Minuten ich hab 41 etwa Tja vielleicht war es auch ein Fehler dass wir gefeiert haben als sie den Buff noch hatten wer weiß lasst uns mal hier in der Mitte pushen wieder ok kurz das Clearen fort da naja ich weiß da ist Pinky dran kein so oben ist ein Trash ich kann da nicht rein überall Lee Sin Spotland wird gepusht von denen ja ich wurde gel- Lee Sin die macht mich so schnell downer ja die Arkali ist irgendwo noch hinter mir ne doch nicht lol ich hab die Arkali getötet jetzt wird noch zu retten die Arkali die Arkali man sie hat sie hat sie hat Bilgewater Lichbane und Sonja krass 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 einfach nur krank sie hat auch noch hat sie erst irgendwie deffen? ich versuch's schwer sehr schwer ich bin 4 Sekunden hier am Leben alter nice jetzt können wir Baron perfekt forsten ich hab ein Oracle 20 Sekunden nicht da ich geh bot noch schnell ich darf nur zu ich hab kein Oracle ne? ich hab kein Gold dafür ich hab Oracle ok ich hab jetzt auch genug Magie Resi für Arkali bleiben das da ja das Problem ist ich bin meist tot und mein CSR äh QSS bringt mir nicht wirklich viel weil die nix Standard 6 ist hier irgendwo hier alter da sind zu viele pink wards rötet ihn einfach hier auf Baron 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 Asher Rekam sehr schön und weiter ich wurde Exhausted Exhausted raus von Trash Trash ist tot äh Mitte einfach durchpushen einfach durchpushen jetzt da war Arkali da war Arkali 50 Sekunden ist Trash ja wer ist das Push-Bot? einfach Mitte soll Ash pushen das schaffen die nicht die sind da nur zu zweit einfach auf den Indy ist dem bewusst? go auf den nächsten tank den tank den scheiß er ist rechte Turm Arkali ist da ich hab das Oracle wenn die mich rausnehmen sind wir aber weiter 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 hier hinkt einer tankt ich tanke dann zurück zurück geh zurück ach shit ich hab ich lol du hast Arkali gekriegt go go finish finish gg nice dat Ezreal Ulti oh die hatte Home Guards die hätte die hat Home Guards alter die hätte uns so zerfickt gt gt schön gemacht und wie war es als Jungler? ja ganz ganz nett ga gg gg